also noch mal herzlich willkommen und auch herzlich willkommen unser heutiger studiogast ihr alle kennt den herrn dr meyer falli arzt und osteopath medizinischer leiter der wiener schule für osteopathie und die technik ist so toll schon heutzutage dass das jetzt ausschaut es würde wirklich hier neben mir im studio sitzen ist unglaublich also ich berühren fast möglich ich wollte die ich wollte ursprünglich diesen dieses kaffee steelpoint corona frei halten eine halbe stunde am tag oder eine stunde am tag wo es um was anderes geht aber einige der vortragenden haben es gibt da doch was darüber zu sagen und das wäre doch wichtig einer davon war der erich und wie ihr schon gelesen habt wahrscheinlich ist der erich spezialist für eigentlich alles also auch für operieren unter anderem ja wie das habe ich dich das wort und ich übergeben nach dieser einleitung also ich möchte euch wieder ganz herzlich begrüßen hier in diesem hübschen kaffee und ich möchte mich ganz herzlich bedanken für die einladung zum kaffee besser gesagt zum team ist ein rdt tränker ist ein ausbaufähigter die aber ganz okay das getränkeangebot ist ausbaufähig aber wir haben die besten gäste hier okay das stimmt also wirklich sehr nett hier ja ich muss mich auch entschuldigen weil ich da jetzt mit einem hut da sitze aber das hat auch einen grund erstens ist aber warum der gut also der hotel deswegen erstes mal mein friseur arbeit gerade nicht jetzt wollte ich euch das nicht antun und jetzt ein bisschen ernster gesagt ich will mal den hut vor allem diejenigen ziehen die jetzt in diesen zeiten auch solidarisch genug sind und auch darauf verzichten ihre ordination aufzumachen und dadurch glaube ich auch noch einen wichtigen beitrag leisten um die infektionskette zu unterbrechen oder von der geschwindigkeit her taglich zu zu minimieren also das wäre mir ganz wichtig und außerdem wäre ich dann ein bisschen das immunsystem erklärt und da braucht man immer einen hut und man braucht ein handy dazu alle schüler die ganz schön erklärt habt wissen das daraus stichwort praxis und praxis schließungen das ist die große debatte unter den kollegen was ist das ethisch richtige zu tun soll man die armen patienten leiden lassen denen und alle anderen vor corona schützen oder soll man sagen ich will da mitmachen bei dieser gemeinsamen anstrengung die ausbreitung zu verlangsamen okay also ich traume es jetzt nicht ganz wie sie sagen als allgemein zu sagen aber ich traue es mir von meiner persönlichen seite her zu sagen was ich darüber denke also ich glaube schon dass es jetzt oder sagen wir so dass jede gesellschaft das immer wieder fordert gewisse solidarische schritte zu setzen und deswegen fände ich es oder finde ich es durchaus sinnvoll und angebracht ja einfach auch die praxis zu schließen ich kann sagen wie sich bei mir gemacht habe fälle die an und für sich notfälle sind die sonst ins spital gehen würden die behandle ich also ich will vermeiden dass diese menschen dann noch irgendwie mehr viren ausgesetzt sind aber ansonsten trotz allgemeiner einkommensbußen ist die praxis eigentlich geschlossen weil es wirklich ganz ganz wichtig ist momentan diese kette zu unterbrechen und es scheint so wenn ich so wir werden über zahlen nach ein bisschen reden scheint ganz gut zu gelingen aber es ist noch viel zu früh um wirklich jetzt genau das zu sagen okay ja und dann würde ich sagen ich erzähle jetzt ein bisschen was ich so hatte vor habe zu erzählen ganz konkret jetzt wird es heute um vier teile gehen wir haben vier bereiche ich werde ich einmal erzählen so ein bisschen ein überblick geben wie was wir sind komisch aber so versuche eine annäherung ein bisschen ein virus zu verstehen werden wir etwas konkreter über coronavirus reden dann möchte ich so ein bisschen ein paar lücken schließen im wissen der immunabwehr und ich glaube es als wichtiger anteil ist was ist denn unsere rolle wie könnten wir therapeutisch und so eine situation herangehen wie schaut es auch nach dem nachdem wir wieder öffnen können also die praxen öffnen können schaut es raus wie könnten wir dann therapeutisch auch ein bisschen unterstützen wir fangen wir an dass ich kurz mal erkläre wie wie so ein virus ausschaut was sehr typisch ist für ein virus wir die frage ob das lebewesen sind ich sage immer dem virus ist es ziemlich wurscht er besteht aber nur seiner dna oder rna hat kein zytoplasma also keine mitochondrien und so weiter und existiert außerhalb der außerhalb des körpers als virion und hat dann immer eine hülle meistens eine protein hülle das ist ein kapsid nennt man das und manchmal nicht immer eine fetthülle ist jetzt ein paar virion da auf der seite die eben unterschiedliche hüllen haben wir werden dann nachher über ein coronavirus reden der hat eben eine fetthülle auch das macht man ein bisschen zacher ich muss an der stelle kurz unterbrechen der erich ist jetzt sozusagen schon in der nachspielzeit und in der wiederholung unterbraucht was anderes zu trinken und es gibt eine tradition aus der zeit wo wir gemeinsam die schule geleitet haben immer wenn es eine schwierigere besprechung gab oder was oder wenn wir etwas zu feiern hatten dann haben wir diesen lacquer berry liqueur da getrunken den uns die sandra aus finland ich habe jetzt mal flaschen gefunden im kasten habe ich schon ein flaschen zu hause kann ich leider nichts anbieten ich hoffe ich kann noch weiter machen ja ja also es gibt ja jetzt seht ihr dieses slide dieses bild schaut aus wie ein coronavirus und wir gehen jetzt einmal zum obersten kreis es gibt viele unterschiedliche familien von viren es gibt herpesviren ebstein barviren und so weiter die familie uns beschäftigt momentan ist die chronoviren familie und um einen virus jetzt vor allem im klinischen bereich gut einzuordnen zu können brauchen wir drei dinge die wir beachten das ist die kontaktiosität die infektiosität und die pathogenität kontaktiosität heißt wie gut gelangt er von einem mensch von einem wir zum nächsten wird ja es muss nicht immer von mensch zu mensch sein dem fall war sie auch von dir zum mensch am anfang das hat damit zu tun wie gut lebt er mein wir ein virus außerhalb des körpers wie lange überlebt er da aber für sich machen es die wir den gefallen da nicht lang wirklich effektiv zu überleben ja also die viruslasten also natürlich die virusverdünnung passiert sehr schnell und wir wissen halt zum beispiel nicht ob der chronovirus wirklich mit oberflächen zu eine also mit berührung von oberflächen wirklich jetzt auch zu einer infektion führen kann die frage der kontaktiosität ist auch immer die frage der des übertragungsweges in unserem fall beim koronavirus ist ja ist ja über tröpfchen infektion allerdings eher die schweren tröpfchen es gibt aerosole beim nissen staubt es so schön weg da sind sie weniger drin sondern sind mehr man entspricht von dropletts die fallen dann so nach einiger zeit so von unserem mund nach unten deswegen haben wir immer eine schöne viruslast also virus anzahl im bereich der schule also schule gut putzen und deswegen können wir einen meter wieder mal schauen passt hier noch eine mit auseinander sein passt noch immer im ersten durchgang hat heim unterwind deswegen traue ich einen hut weil es ein bisschen querlich ist wenn der nachbar vom balkon oben spricht dann geht es ein bisschen weiter ja also die übertragung kann auch anders sein beim hv virus zum beispiel wissen wir es über körperflüssigkeit ja und dann ist die frage wie gut doch dieser virus dann in unserem körper an aber das redet man dann wenn wir über ein koronavirus mehr sprechen ja infektiosität heißt wie weit verbreitet sich jetzt der virus in unserem körper für dann überhaupt zu symptomen was macht er in unserem körper wie weit springt das immunsystem dann auch an und pathogenität bedeutet was macht dieser körper was macht dieser virus in unseren körper für da wirklich zu symptomen was eigentlich wir ihn ganz selten machen oder gar nicht so häufig machen auch hier wissen wir beim koronavirus also wissen tun sie nicht man schätzt zu 40 prozent haben überhaupt keine symptome die frage der symptome ist auch wie heftig reagiert das immunsystem also umbringen tut uns eigentlich meistens unser eigenes immunsystem in dem zusammenhang also das beschreibt dann die pathogenität ja unser körper reagiert mithilfe des spezifischen immunabwehr vorwiegend sich auch mit unspezifischen das rettet uns auch momentan ganz gut fakt ist es ist eine art unspezifische virus beim koronavirus und deswegen haben wir ein großes problem ja was macht ein virus in unserem körper auf gar nichts oft in infektionen mit entsprechenden symptomen aufgrund der abwehr eigentlich zumindest abwehr nicht ganz am anfang sondern wenn die abwehr fordert ist wenn zellen kaputt gehen wenn es zu den großen kommt dann werden wir dann später noch kommen aber wir können auch durchaus neoplasien verursachen also dadurch dass wir gene in uns verändern zu mutationen führen können ist das ein grund für einige karzinome und andere neoplasien welche testmöglichkeiten gibt es bei viren da gibt es die polyketten polymerase kettenreaktion tschuldigung bcr da werden die teile der dna des virus festgestellt die ist momentan sehr wichtig beim koronavirus man kann auch manchmal antikörper feststellen das zeigt schon dass die immunsystem arbeitet und zum teil oberflächen antigen ja und dann ist ganz wichtig eine zahl die basis reproduktionszahl das heißt wie viele werden von einem wird weiter gesteckt wie hoch ist die zahl diese zahl entscheidet auch wie hoch ist die herr immunität also ab wann ab wie viel prozent ansteckung wird dieser virus nicht mehr weiter getragen also ab wann verhungert der virus in einer population ja und da hilft uns eben auch eine impfung die bei sehr vielen viren schon möglich ist aber wie gesagt durch diese neuheit dieses virus bei uns noch nicht gegeben ist braucht es immer eine vorlaufzeit ja und welche therapien gibt es im schulmedizinischen bereich ja wenn man ehrlich ist wir kämpfen schon gegen viren oder sie sind doch schon seit langer zeit bekannt und wir kämpfen schon lange dagegen sehr potente virustatiker haben wir noch immer nichts ja wir sind total unterschiedlich auch von den oberflächen koronavirus ist eigentlich relativ unkompliziert deswegen ist es schwer anzutoppen an diesem virus es gibt ein paar möglichkeiten die habt ihr aufgezählt leider auch sehr viele virustatiker viele nebenwirkungen weil sie sehr unspezifisch auch wirken ok gehen wir jetzt zum zum effekt eines virus auf eine zelle ihr seht hier im bild im oberen bereich dass dieser virus der hier eine zelle einträgt so stückchen haben die wegstehen man spricht von spikes das ist die möglichkeit wie ein virus antoppen kann und da braucht es wirklich eine gewisse fähigkeit vom virus und das hat dieser neue koronavirus leider bekommen eben an zellen überhaupt anzutoppen und wenn der virus einmal antoppt und erfolgreich war es mittels seiner spikes dann wird er oft mittels endocytose in die zelle hineingetragen ja die mechanismen wissen wir noch nicht genau warum das die zelle macht bisschen blödsinnig ja aber es passiert eben dann kommt zum uncoating also die die hülle wird verloren wird abgestreift und die vorhandene dna oder rna beim koronavirus wird dann im zellkern vermehrt der virus hat fähigkeiten mittels polymerasen und so weiter das anzuregen die zelle macht sklavisch dann ketten von dna und produziert dann neue viren und diese neuen viren werden dann wieder ausgeschleust und da gehen sehr viele zellen dann kaputt was zum teil ein vorteil ist weil natürlich dann das immunsystem richtig anspringt zum teil werden sie einfach nur ausgeschleust wie hoch wie viele viren da ausgeschleust werden das ist eine zahl die man burst size nennt also das kann es ja unterschiedlich sein von wenigen hundert bis mehreren tausend viren pro zelle naja und dieser virus hat eine ganz ganz hohe generations also eine sehr schnelle generationszeit bei menschen wäre das so frühestens 13 jahre bevor wir uns weiter vermehren können beim virus ist ein tag ja das führt aber zu ganz vielen fehlern bei der dna herstellung das klingt nach einem nachteil hat aber einen riesen vorteil für den virus er verändert sich ständig er mutiert ja und diese mutationen helfen dass er sich immer wieder durch das immunsystem durchwurschtelt dass wir uns erst gut auf unser abwehr gut aufbauen und kaum haben wir das herausgefunden wie man bekämpfen verändert sich oft ja das war zum beispiel eben bei der spanischen grippe ein riesenproblem dass sich die mutationen so schnell gebildet haben ok na gut achten wir jetzt ein bisschen mehr auf unseren corona virus der genauer gesagt SARS-CoV-2 heißt abkürzung oder ein akronym für severe acute respiratory syndrome ich hoffe die englisch sprechen verzeihen mir meine aussprache wesentlich besser ist mit dem lang wird schon besser mit dem lang wird schon besser mit dem lang muss ich kenne schmieren also das ist diese SARS-Gruppe es gibt manchmal auch den begriff MERS das heißt Middle East Respiratory syndrome das sind dann viren die aus mittleren osten kommen der name sagt eh schon das führt eben oft zu respiratorischen problemen ja es gibt eine riesengroße corona-familie sehr viel harmlose und wie gesagt dieser SARS-Virus ist schon heftig unterwegs wir haben über die drei begriffe jetzt eh schon ganz gut in bezug auf coronavirus gesprochen also kontagiosität ist eben über tröpfchen infektion vorhanden überlebt relativ lange an gewissen oberflächen plastik und metall relativ lange das heißt aber nicht dass man sich wirklich darüber darüber anstecken kann es ist noch nicht klar so die direkte übertragung ist sicher die wichtigere ja es ist ein art und spezifischer virus wie schon erwähnt deswegen haben wir definitiv ein problem das spezifische immunsystem agieren zu lassen und ich glaube ich auch schon jetzt beim seiten durchlauf erwähnt ist er fähig an herzzellen anzudocken mit seinen spikes und an Lungenzellen und das ist das große problem wir wissen dass vorwiegend patientinnen und patienten betroffen sind die schon lungen und herzerkrankungen haben vor allem herzerkrankungen atrial hypotonie oder andere herzerkrankungen sind ein großer risikofaktor weil er dort sich anheften kann und dann eben zu großen problemen führt ja zu problemen die man unter covid 19 pandemie zusammenfasst ganz wichtig fieber ja fieber mit trockenen husten es läuft relativ schnell ab innerhalb von zwei drei vier tagen werden die patienten atmungspflichtig wenn es wirklich symptome haben starke symptome haben und oft kann es aber nach drei vier tagen auch wieder vorbei sein oder eben leider auch immer wieder zum tod führen es gibt auch vorbei es gibt immer wieder also das sind momentan großes thema ist dieser pcr test ist jetzt am sinnvollsten wo man einfach die dna stückchen wenn er ja erkennen kann ja also das für antikörper werden jetzt nachträglich interessant um zu schauen ob ob menschen das ausgeheilt sind oder nicht ob es jetzt oder besser ausgeheilt ist das falsche wort ob es jetzt antikörper gebildet haben die basis reproduktions zahl ist bei diesem corona virus 3 also das heißt ein mensch kann drei weitere anstecken im schnitt da steckt im schnitt weiter an es können natürlich wesentlich mehr sein es kann auch null sein hängt davon ab mit wem er zu tun hat aber diese zahl führt zu der herdenimmunität von 60 bis 70 prozent ab dieser zahl wären wir aus dem schneider mehr weniger wir haben leider keine impfungen die uns da helfen auch ohne infektionen damit umzugehen die die es gibt auch zahlen die also viren die ganz höhere zahlen haben masernviren zum beispiel also da bräuchte man eine herdimmunität von 95 prozent damit dieser virus ausgehungert wird also wir sind da eh noch ganz gut bedient mit diesem virus generell zu zahlen es geht immer viel um infektionszahlen wer ist jetzt infiziert muss man aufpassen eigentlich hängt die infektionszahl sehr stark davon ab wie viel test überhaupt gemacht wichtigere zahlen ist meiner meinung nach die zahl wie viele menschen sind jetzt im spital aufenthalt aufgrund des corona virus das sind jetzt momentan 147 also sind die zahlen von heute vom gesundheitsministerium 147 werden im spital behandelt 16 patientinnen und patienten sind intensivpflichtig werden also beatmet auch und 25 glaube ich sind jetzt auch schon gestorben das sind die zahlen wo wir uns festhalten können und die wir berücksichtigen müssen um zu erkennen wie erfolgreich wir jetzt in dieser suppression so wie man es jetzt momentan nennt und die sicher noch ihren sinn hat der ganzen systematik ja therapie gibt es eben auch noch nicht viel ich habe schon darüber gesprochen es gibt viele dinge die gerade überlegt werden aber uns fehlt auch die zeit jeder therapie muss auch getestet werden und man greift deswegen eher auf die kannte mittel zurück und hofft dass das auch wirkt und funktioniert okay achten wir kurz ja jetzt kommt die stelle erst ein durchlauf wo ich schon kurz unsere immunsystem erklärt habe ja ganz banal gesagt wir makrophagen diese makrophagen sind fähig auch jetzt durchaus diesen virus aufzunehmen jeder virus deswegen dieser hut hat eine oberfläche und diese oberfläche und die eigenheiten dieses virus das antigen wird dann präsentiert von den makrophagen ja und die präsentation von diesen hut bedeutet dass die lymphozyten jetzt andocken können die spezifisch auf wir mit diesen hüten losgehen kann und wir haben eben diese d lymphozyten in dieser zahl nicht das ist jetzt ganz verwirrend sie müssen erst gebildet werden und so weiter es muss das immunsystem bei diesem koronavirus erst diese d lymphozyten produzieren ja und wenn ich den entgegen d lymphozyten ab greift dieser zum handy und kann eine whatsapp gruppe aktivieren die whatsapp gruppe die genau für viren mit solchen hüten zuständig sind dann werden b lymphozyten aktiviert die antikörper produzieren immunoglobuline die wiederum die makrophagen helfen dagegen anzukämpfen frage warum ist die zahl der genesenen so klein bezieht sich das nur auf die hospitalisierten patienten ich hatte das vergnügen das glaube ich gestern oder heute mit unserer astrid durch zu diskutieren deswegen habe ich auch schon ein paar gedanken gemacht ich muss zugeben ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht was das gesundheitsministerium unter genesende versteht sind es jetzt die patientinnen und patienten im spital waren und von keine symptomatik mehr haben dann haben wir das problem wir haben aber sehr wenige patientinnen patienten eigentlich mit symptomatik also man schätzt dass 40 prozent überhaupt keine zeichen haben ja vor allem eben die jüngeren bis noch kinder sind deutlich mehr geschützt es gibt keine schweren fälle von kind unter zehn jahren frauen sind noch ein bisschen besser in der abwehr also ich weiß mir nicht ganz klar oder heißt es das sind jetzt patienten mit nachgewiesen antikörper da ist auch die frage werden alle getestet also ich würde solche zahlen einfach es ist eigentlich für mich ganz wenig sinnvoll die einfach so hinzunehmen und das maßstab ob wir erfolgreich sind oder nicht das hat eigentlich ganz wenig sinn spannend wäre es für mich zu wissen welche von den intensivpflichtigen patienten und patienten eben genesen sind welche die im spital schon genesen sind aber da weiß ich nicht auf was sich das gesundheitsministerium bezieht ok kommen zurück zu unserem immunsystem und besser gesagt wie wir das immunsystem unterstützen können auch therapeutisch nicht nur jetzt sondern auch die große frage wie gehen wir generell um mit mit viralen infekten oder mit infektionen ich traue mir zu sagen es wird nicht die letzte pandemie die letzte konfrontation sein in unserer menschheit mit zwischen arten der virenbelastungen und nachdem diese viren auch im lungengewebe angreifen wird es höchstwahrscheinlich auch vielleicht patientinnen und patienten geht die nachträglich auch hier behandelt werden müssen auch hier wieder vier kreise haben einen großen kreis ja gehen wir zum ersten ganz wichtig kette unterbrechen das ist das was wir momentan das leben haben kontakte vermeiden eben verhindern dass vor allem kränkere menschen betroffen sehen da müssen wir diese kette unterbrechen hygiene auch wichtig dieser corona virus hat eine fetthülle und mit seife kann man diese fetthülle auflösen man liest öfter dass seife sogar effektiver ist als alkoholhaltige desinfektionsmittel stimmt das stimmt durchaus also ich muss mich auch nur an informationen halten die ich bekomme hauptgrund ist durchaus dass eben seife dieses diese hülle auflösen und der virus dadurch kaputt geht was desinfektionsmittel nicht machen die sind sicher auch besser gegen bakterien und auch nicht schlecht gegen die haben aber da ist wirklich händewaschen genau händewaschen an jeder stelle eben händewaschen ganz effektiv okay danke ja wir unterstützen das immunsystem ganz banal gesagt indem wir die energie dorthin leiten unser körper ist so gebaut physiologischer weise dass er sich immer nur auf eine sache konzentriert auf die verdauung zum beispiel oder auf flucht oder kampf und ist auch durch blutung mir zum beispiel hin und her geschickt ja es werden nicht immer alle teile unseres körper durchblutet und auch das immunsystem braucht durchaus aufmerksamkeit und wenn wir irgendeine situation haben wo wir anderen dingen mehr aufmerksamkeit bieten müssen dann schädigen wir eigentlich das immunsystem also jede bedrohung jede herausforderung die uns längerfristig beschäftigt führt einfach dazu das immunsystem geschwächt wird nicht so sehr kurzfristig auch wenn der sympathikus erhöht ist kurzfristig gibt es ein bisschen ein booster für das immunsystem aber wir wissen längerfristige herausforderungen längerfristige sympathikotone zustände oder erschöpfungszustände führt einfach zu problemen in anderen bereichen und lassen das immunsystem ein bisschen von deswegen ist auch wirklich wichtig dass wir uns immunsystem kümmern im sinne von viel schlaf entsprechende ernährung unsere verhaltensweisen sehr wohlwollend unserem körper zuführend agieren also ich sage immer im komfort in der komfortsituation in der komfortzone fühlt sich auch unser immunsystem am besten und eben auch collisionen die unseren körper belasten zu lösen ist sicher auch eine gute idee das immunsystem zu unterstützen ja und was wir auch unterstützen können ist immer der ort des immunsystems wir wissen ein ganz wichtiger aspekt sind die barrieren unseres körpers unsere schleimhalte vor allem dass wir eine intakte haut haben ist auch wichtig verletzungen waren früher ein riesenthema aber vor allem bei wehren sind die schleimhalte ganz wichtig also eine ausreichende blutung der schleimhalte ein wohlwollendes fühlen der schleimhalte ein entsprechendes negatives hormonelles system hilft unseren barrieren und vor allem der nächsten barriere den malz mucose assoziiertes lymphatisches gewebe das finden wir in der submucose lymphatischen retokulären bindegewebe unterhalb der schleimhalte dort spielt sich das system ab das ist wichtig dass sich die makrophagen das immunsystem bewegen kann die flüssigkeiten bewegen können und deswegen sind aspekte wie den muskeltonus der verdauung zu reduzieren am vegetarischen nervensystem zu arbeiten wie man diese techniken ausschauen die kann ich jetzt nicht in detail schildern das ist wirklich wichtig dran zu bleiben und eben oberflächen zu unterstützen und das druck der liegende gewebe möglichkeiten gibt sicher auch bei den primär lymphatischen organen thymus vielleicht auch introserie techniken milz aber auch durchaus leber techniken bei wochen hat uns michael bieberschick eine schöne einige schöne techniken in dieser pnei rei gezeigt und ihr kennt aus eurer ausbildung und aus eurer praxis da sehr viele techniken naja und nicht überraschend das immunsystem ist flüssigkeit basiert wir brauchen bewegung der flüssigkeiten im interstitium im gefäßbereich damit es funktionieren kann und das zu unterstützen mit sehr vielen techniken die wir alle kennen an den tierfragmen pump techniken an bewegungen und aber auch ganz banale lesionen zu lösen da sind wir ganz gut dran und da können wir sicher das ganze unterstützen ich weiß momentan ist noch die zeit wo wir kontakte meiden können aber auch vielleicht hilft euch das auch für andere virale infekte oder generelle infekte aber ein bisschen bei therapie konzepte zu finden ja das war es einmal so ein bisschen von meiner seite ich würde jetzt kurz den raum und was fragen vielleicht zeigt sich im bild gibt ja auch kurze überlegungen eine studie die die osteopathische behandlung bei pneumonien betrachtet haben kannst du noch zwei drei sätze sagen ganz kurz es gibt einige studien die da ganz interessant sind aber die größte war die von die in krebs will gemacht wurde breitenden hat und seine kollegen haben das dort am et steel research institut gemacht die sogenannte mopsis studie das jetzt nicht genau auswendig was mopsi bedeutet aber aber was klingt gut man muss immer das wichtigste an einer studie ist eine coole abkürzung aber es ging jedenfalls darum pneumonie patienten ältere pneumonie patienten im krankenhaus osteopathisch zu behandeln und dann zu schauen wie sich die wie sich die genesung entwickelt und wie sich auch das wichtig die wirkung auf das immunsystem auswirkt und große studie über 400 patienten mit kontrollgruppe natürlich schön gemacht und es ist da deutlich rausgekommen dass wir sehr wohl einfluss aufs immunsystem es war ja auch wie die spanische grippe war 18 20 gab es ja also ich muss jetzt zugeben ich habe es nur gehört gab es ja auch ganz gute erfolge mit osteopathischen behandlungen aber ich nehme an da gab es noch nicht wirklich wissenschaftliche beobachtungen und kontrollierte studien und so weiter das war zu der zeit wahrscheinlich noch nicht so der fall was geschrieben wurde was beschrieben wurde war dass die patienten die von osteopathen behandelt wurden dass die wesentlich höhere überlebenschancen hatten als alles andere aber wie du sagst die wissenschaftlichen standards waren damals andere es gab zwar die vergleichsgruppe von den doctors of osteopathie und medical doctors aber heutzutage ist es schwer mit sowas zu argumentieren vielleicht auch interessant und es muss bewusst sein es gibt immer wieder pandemiewellen auf dieser welt und und eigentlich ist es eine relativ harmlose pandemiewelle die uns gerade ergreift ja also vielleicht zahlen zwischen 1900 und 1950 sind man schätzt 650 millionen menschen an bockendieren gestorben da haben wir gott sie dann geimpfungen und das funktioniert ganz gut oder die spanische grippe wo man schätzt zwischen 20 bis 100 millionen tote aufgrund dieser vier wellen der drei oder vier wellen die durch die welt gegangen sind in dem fall ein influenza virus der sich mutiert hat und auch uns ziemlich überfordert hat ja was würdest du sagen lassen wir lesen mal ein bisschen nach im chat was gibt es ja es also die von euch die uns noch hören die und die noch da sind danke für eure geduld es wird die möglichkeit dass ihr fragen an den erich stellt indem ihr die einfach in den chat tippt ich schaue ich da ganz nach unten scrollen ich wäre nachher einen link zu der studie posten aber wenn ihr sucht nach ob sie study und wegen hat zurück mit mir zurück dann solltet ihr die finden gut wenn es keine fragen mehr gibt dann danke ich dir noch einmal erich nur dazu für den zweiten durchgang wir hatten heute das schönste aller möglichen probleme dass zu viele leute kommen wollen und das wird dass uns das probleme gemacht hat freut mich schlimmer wäre es gewesen ist fast cooler so es werden nur drei leute gekommen und es wäre ohne probleme durch gelaufen oder uns hat spaß gemacht ich habe mit dem erich auch schon über themen für die nächste woche oder die übernächste woche gesprochen und wir sind dabei da ein programm zusammenzustellen was jetzt einmal angesagt ist für morgen das ist mein freund bruno jetzt müssen wir uns vielleicht ein bisschen ausblenden mein freund bruno die kuh der wird dann wirklich nicht hier sitzen sondern nur über skype zugeschaltet werden das heißt wenn es wenn wir morgen um fünf soweit sind dass wir das starten dann haben wir zwar aus der heutigen session gelernt aber es kommen durch die skype verbindung neue herausforderungen auf uns zu es bleibt spannend bitte schaltet euch wieder dazu schönen abend und danke fürs dabei sein das war richtig das war's das war's das war's das war's Vielen Dank.